Eieiei man, bis das ganze haben sie es auch nicht geschafft. Das ist schwierig einzuschätzen, wie weit man mit dem Fallschirm herkommt. Vor allem wenn man Island of Ninefall gespielt hat und ungefähr fünfmal die Karte umkreisen kann, bevor man unten ankommt. Wow, wieviel Schuss hat das Magazin? 31? Er steht halt schon da drin und schießt auf mich, oder was? Er leckt einfach an mir vorbei, what? Scheiß drauf, dass jemand auf mich schießt. Räder Typ. Da rückt jemand das über mir, glaube ich, oder mache ich auch Kräuche wenn ich mich drehe. Die Frage ist, wie weit ist er mit Looten gekommen? Ich glaube nicht so weit, erstes Geschoss. So, die Frage ist jetzt, hier unten wird nichts mehr sein. Wir müssen also auf die andere Straßenseite. Halleluja. Wer macht so einen Steps, wenn der kriecht? Hinterst würde er rennen. Oh Gott. Schön. Natürlich. Wow, er ist gut equippt auf jeden Fall. So. So. Er hat ne AK. Da. 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 Da hat er mega Sniper. Ich sterbe. Langsam aber sicher. Ach du Scheiße. Weil ich keine, ich habe keinen Atemschutz. Deswegen mache ich hier gleich die, weil ich keine Munition mitgenommen habe. Oh, ich bin scheiße. Oh, bin ich scheiße. Oh, bin ich scheiße. Ja, das war es jetzt eh. Heile jetzt nicht, weil ich verstrahlt bin, ja. Ist das jetzt so? Wow. So, gleiche Stelle, gleiche Welle fast würde ich sagen, ne. Wir sind aber recht gut geflogen. Na, kann doch was hinter mir kommen? Da ist hier keiner, ist hier keiner mit mir geflogen? Den Kram außenrum können wir noch machen, wenn wir eine vernünftige Waffe in der Pfoten haben. Ist schon einer drinnen. Wo kam er denn jetzt schon wieder her? Ganz genau gehört, dass hier einer rumrennt. Wenn ich jetzt wieder ein Wolf töte, dann raste ich richtig aus, ne. Axt brauchen wir nicht. Wobei die im Anfangsspiel, die glaube ich, One-Click tot. Ich bräuchte einen größeren Sauerstofftank. Das wäre sehr, sehr sexy. Der Kompensator. Kaffte der drauf. Das ist ein Sniper, ne. Sag doch, ich bin nicht alleine. Dann läuft er. Wenn ich so scheiße lecken würde. Der ist auf jeden Fall weggerannt. Vor dem anderen Atzen. Die Frage ist, war das der Gegner, der auf ihn geschossen hat? Alter, es sind überall Anomalien hier. Soll ich denn hier rauskommen? Alter Vater. Und so gut. Da sieht man die auch nicht, wollte ich gerade sagen. Alter Sche... Ja, das meinte ich nämlich. Das Gute ist, dass ich jetzt noch keinen Schaden kriege, weil ich jetzt nämlich einen Gastank habe mit Sauerstoff. Und siehst du rechts jetzt, oder siehst du rechts neben meiner Lebensleiste, wie der Sauerstoff langsam abnimmt. In dem Spiel würde ich euch immer empfehlen, keinen scheiß Rucksack mitzunehmen, sondern eher sowas. Weil dann fragt er nämlich nicht instant in der Zone. Jetzt wird es nämlich interessant, liebe Damen und Herren. Scheiß Hunde, Alter. Nein, kein Schalldämpfer. Das heißt, die Leute wissen jedes Mal instant, wo ich bin. Na ja, hier sind Anomalien. Ich nehme gleich mal das Auto. Ich kann mit dem Zill laufen. Ja. Ja. Ich will mich eigentlich das Game verarschen. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich war doch gerade schon wieder hier. Und jetzt kann man nicht durch die Zäune durchfahren, ne? Ich habe mich verletzt. Als ob. Oh. Ich bin aus Versehen in die richtige Richtung gefahren. Oh. Alter, diese scheiß Mistviecher, ne? Ohne Spass. Ohne Spass. Sagt der, er wird beschossen? Alter, das kann nicht sein, wie schnell kann man sein? So, ne, also, jetzt fange ich den Satz zum 15. Mal an, also, die Pistole immer nochmal, oder die Waffen hier in dem Game auf jeden Fall und bei manchen anderen auch, immer nochmal manuell nachladen, weil er lebt dann halt keinen Schuss in die Kammer. Wenn's nicht so lecken würde, ne? Wäre um einiges einfacher. So, jetzt ist die Frage, wo die sich gedroschen haben, da hinten hab ich ihn gesehen. Ich hab mich echt, glaub ich, hier eingebildet, dass hier irgendeiner rumgelaufen ist, ne? Zumindest kann ich mich nicht über Heal-Kram beschweren, denn hab ich genug. Okay. Ich hätte vor allen Dingen echt gedacht, hier unten liegt doch ne Waffe. Der ist doch hier durchgelaufen, hundertprozentig. Alter. Wie lange kann man abcampen? Jesus. Oh. Ja, noch eine Minute, bis hier die Zone auch dicht wird. Dicht gemacht wird, sagen wir mal so. So, wenn die so kommen, dann kann ich auch damit arbeiten, aber nicht, wenn die hier zu dritt kommen, dass es so laggy ist, dass man nicht mal die Wölfe erschließen kann. Man weiß halt immer nicht dadurch, wo es zusammen geht. Das kann jetzt hier überall die Endzone sein, ne? Wie der Scheißwolf. Bei mir hab ich drüber geschossen, aber ich scheine ihn trotzdem irgendwie getroffen zu haben. Oh! Oh, 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 oh! Oh, 10 AP! Was?! Alter, was zum Teufel! Sind ich euren Ernst? joo nächste infekt schon 30 sekunden das ist gefährlich weil der vogel natürlich irgendwo ist wird auch straight auf den auf den helikopter zu rennen jetzt konnte ich den scheiß wolken töten weil es geleckt hat jetzt nur hoffen dass die leute ein bisschen fuchsiger sind als in der runde davor die leute runter pflastern wenn die jetzt versuchen in den scheiß helikopter zu steigen ja oder auch nicht cool joo danke game gleich noch mal die tür gewesen ja wenigstens leckt das überhaupt nicht als ob kommt er hier rein gucken oder was können das jetzt wieder alle wissen wo ich bin kommt auch schon definitiv keine pistole glaube ich komm schon Digga zeig dich ja also mit ner sniper so mit guter dinge dass ich oh ich kann meine eigenen beine sehen von innen bin ich alone ich kann nicht ob ich alleine bin wahrscheinlich sind wieder fünf leute neben mir oh ja holy shit so da haben wir sogar ein quick draw rr weil ich jetzt aber auch nicht so viel munition habe und ein wenig munition so auch für die vector ich hätte auch hingehen können um ihn niederzuschlagen aber wenn ich ehrlich bin ich habe keine ahnung wie ich die waffe weg stecke wirklich kurios dass hier wirklich kein anderer irgendwie so hier ist so gleich kommt der überraschungsgegner das ding ist ich switch mal hier noch auf den red dot ich mich erschrocken alter jo leck hat mich getötet cooles ding cooles ding cooles ding